Wir nehmen uns die Freiheit, die Worte zu verändern. Ja, genau. Okay, gut. Kann man loslegen, dann stehe ich es einfach ziemlich nah daher. Das ist, weil viele ja immer bei den Aufnahmen, das ist das Spiel, ich habe das in Almena schon mal gemacht, dass ich sage, der Geist, der mir jetzt zuhört, wenn du jetzt glaubst, du bist immer mit einer Personifizierung verbunden, die du brauchst, würde ich genauer erklären. Was passiert, passiert hier und jetzt? Und die erste Frage, ich wiederhole das nochmal, mach dir keine Gedanken, was richtig und verkehrt ist, ist es für dich immer in eine Einseitigkeit, was gut und böse ist, sondern mach dir einfach bewusst als Geist, was ist jetzt wirklich. Und dann wirst du feststellen, du hast jetzt das Gefühl, wenn du daran denkst, dass du eine Person bist, ein Körper bist und du hörst jetzt eine Stimme. Und jedes Wort, das ich spreche, lässt ihm dir eine Vorstellung aus. Dasselbe passiert, wenn du ein Buch oder eine Zeitung liest. Und ich sage, der blaue Mensch, der du zu sein glaubst, die Farben erkläre ich nicht, die habe ich zigfach erklärt, das Wahrnehmbare, ist nur ein reines Wahrnehmungs- und Wertesystem. Das heißt, wenn du eine Zeitung liest, jedes Wort, was du anschaust, wird dir eine Vorstellung auflösen. Und zwar in Maßsetzung deines Programms, das du dir nicht raussuchen konntest. Das ist dieser Schwamminhalt in dem Schwammbeispiel von Ich bin du. Und das Erste, was wir uns jetzt klar machen, und das sage ich immer wieder, wenn du Geist jetzt das hörst, die erste Frage, die ich dir stelle, was ist für dich wirklicher? Das, was jedes Kind hier und jetzt sofort de facto überprüfen kann oder sich zumindest bewusst machen kann oder ist etwas wirklicher, was noch nie irgendein Mensch gesehen hat und was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und es wird jeder normale Mensch auf diese Frage sofort sagen, natürlich das Erste. Weil wie kann einer behaupten, dass was wirklich ist, was noch nie irgendein Mensch gesehen hat und was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wenn du jetzt meinst, dass das Erste richtig ist, wirst du feststellen, wenn du das wirklich absolut nimmst, dass dein ganzes materielles Weltbild in einer von einer Sekunde auf die andere dem Bach runtergeht. Du kannst nicht überprüfen, ob dein physischer Körper, den du jetzt spürst, wenn du dich darauf konzentrierst, ob der existiert, wenn du nicht an den Körper denkst. Weil dann existiert er nicht. Um etwas überprüfen zu können, muss es hier und jetzt als Information in dir vorliegen. Pass auf, ich erschaffe jetzt etwas, was die ganze Zeit nicht da war. Denk einmal bitte jetzt an deine Nase. Jetzt ist die als Gedanke da, nur ein Gedanke. Und jetzt lang einmal mit der Hand, wie du dir jetzt ausdenkst an die Nasenspitze. Jetzt spürst du was. Jetzt frage ich dich, wo war das, wie ich das Gespräch angefangen habe. Nicht da. Was sagt deine materielle Logik, was suggeriere ich dir? Die sagt mir, ich war die ganze Zeit im Gesicht. Genau das ist der Punkt. Jetzt kommt der Satz, wo ihr so oft vom Udo gehört habt. Ihr seid vollkommen logisch, aber nicht geistreich. Logisch ist eine Maschine, ein Müssen, ein Egoismus, ein Mechanismus, Mechani, ein Gehirn-Ich, ist ein reines Müssen. Ihr funktioniert in Maßsetzung des Programms, das in euch läuft. Wenn ich ihr sage, meine ich jetzt die Geistesfung und das ist eine Vielzahl. Und da komme ich jetzt in einen gewissen Maß, wie bei Allah im Koran. Allah wird ja der eine Gott genannt. Und wenn du den Koran im Original liest, nennt sich Allah selber immer wir. Wir, ich nenne das Wir, sind das Wir, Wir-Klicht, das wirkende Licht. Es ist nur ein Geist, der mir jetzt zuhört. Und alles, was ich jetzt spreche, richtet sich nur an diesen einen Geist. Das heißt, du Geist, der du jetzt diese Stimme hörst, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Und wir reden hier nur von Fakten, du bist immer. Egal an was du denkst. Du existierst auch dann, wenn du nicht an die Person denkst, die du jetzt zu sein glaubst. Du bist immer da. Und alles, was du dir denkst, existiert immer nur in dem Moment, wo du es denkst. So eindeutig. Mach dir bewusst, dass das Fakten sind. Das ist die ganze Geschichte, das ganze Geheimnis aller Religionen, die du dir jetzt ausdenkst. Ich unterhalte mich jetzt mit Geist, du bist ein wahrnehmender Geist. Und jetzt kommt das erste große Geheimnis, was ich euch offenbare, was schon immer da war. Was bist du, Geist? Und du wirst feststellen, du bist nicht etwas, was du denken kannst. Wenn ich jetzt das ausspreche, was du bist, dann müsste ich sagen, du bist nichts. Aber nichts ist ja schon wieder ein Geräusch. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? Das Kleinste, das es überhaupt gibt, das muss so klein sein, dass man es nochmal mehr denken kann. Das absolute Nichts. Und jetzt kommt das erste Geheimnis, was ich dir sage. Der Geist, der mir jetzt zuhört, als Ding an sich ist nichts. Nichts kann man nicht zerstören. Nichts ist das Einzige, was nicht zerstört werden kann. Alles, was du denkst, existiert immer nur in dem Moment, wo du es denkst. Das heißt, alles, was in dir in Erscheinung tritt, sind wie Wellen in einem Meer. Das Meer ist immer. Im Meer. Jam. Jammeer. Die Wellen sind immer nur dann, wenn sie auftauchen. Das ist das Spiel zwischen deinen Gedankenländern und dem, was du bist. Du hast schon existiert, bevor du an einen Udo und an einen Jesus gedacht hast. Und du wirst auch noch dann existieren, wenn du nicht mehr an einen Udo denkst. Und du hast schon existiert, bevor du an das gedacht hast, was du jetzt zu sein glaubst. Und du wirst auch noch dann da sein, wenn du nicht mehr an dich selbst denkst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Und jetzt kommen wir dann die Stufen, die wir später genauer erklären. Jetzt brauchst du diese verschiedenen Ichs. Du kannst immer bloß von oben nach unten sehen. Und mach dir bewusst, das, was du jetzt hörst, ist weder ein esoterisches noch ein religiöses Geschwätz und schon gar kein naturwissenschaftliches Geschwätz. Es sind ganz knallhackte Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Ich habe das Wort so oft erklärt. All die Schwätze, die du bisher in dir auftauchen sehen hast, die von historischen Fakten reden. Es gibt keine historischen Fakten. Das ist ein Oxymoron. Das ist wie wenn dir jemand was von einem schneeweißen Schwarz erzählt. Weil das Wort historisch bezieht sich auch an den Gedanken, den du jetzt denkst, wo du glaubst. Der war in der Vergangenheit. Es gibt keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Alles, was du wahrnimmst, befindet sich hier und jetzt in deinem Bewusstsein als Information. Du schaust einen ständigen Wechsel deiner Information an. Das ist das Spiel mit der Gnäde, wo ich sage. Es ist jetzt immer wieder, dass alles, was du Geist denkst, immer nur ist, wenn du es denkst. Und jetzt kommen wir zu Bewusstsein. Bewusstsein ist kein intellektuelles Wissen. Bewusstsein ist der Geist, der sich jeden Moment, absolut jeden Moment bewusst ist, was jetzt als Information in ihm vorliegt. Das heißt, das sind immer wieder jeder, ich bin dann, naja, autoritär in den Schriften steht manchmal und darüber diskutiere ich nicht. Entweder du verstehst es oder du wirst ausgelöscht. Dann bist du nicht lebensfähig. Aber das Schöne ist dann immer wieder, ihr werdet euch eine Sachen Gottes wirklich nur lieben, die Grausamkeit liegt in eurem Programm und in eurem Wertesystem. Es gibt dazu vier Stufen der Vergessenheit. Diese vier Stufen der Vergessenheit und jetzt macht, ich gehe jetzt wieder ganz bewusst für euch in euer normales Denken rein, in das raumzeitliche Denken. Du denkst dich jetzt einmal und du nimmst ein Buch in die Hand, einen Roman. Das ist eine fiktive Geschichte. Irgendein Roman, du nimmst das Buch in die Hand, habt ihr so oft schon gehört, wenn ihr euch mit Holofilling auseinandersetzt, mit meinen Schriften auseinandersetzt, du nimmst das Buch in die Hand, was jetzt real ist. Das Wort real bezeichnet schlichtweg und einfach eine sinnliche Wahrnehmung von dir. Selbst mit materialistischen Glauben erfährst du Geist erst dann eine sinnliche Wahrnehmung, wenn die in deinem, der Materialist nennt jetzt das Geist, ich nenne es Bewusstsein, in deinem Bewusstsein, in deinem Gehirn in Erscheinung tritt. Materialist setzt natürlich voraus, dass er sein Gehirn ist. Das Gehirn ist auch nur ein Gedanke, den du denkst, der nur existiert, wenn du an das Gehirn denkst. Weißt du, manche Menschen sind so gescheit, die sagen, ja, wenn ich mich hinsetze und vor mich hinsinniere, ich sage, wenn du wirklich vor dich hinsinierst, du Geist, dann sitzt keine Person mehr da. Das ist das, was es. Manche haben mit dem Uder schon telefoniert. Wenn einer mit dem Uder telefoniert ist, meistens, wenn ein Fremder anruft, dann sage ich, pass auf, jetzt mach dir zuerst einmal bewusst, was hast du jetzt für eine Information. Du spürst jetzt deinen Körper, du hast einen Telefonhörer in der Hand und genau genommen unterhältst du dich jetzt nur mit diesem Telefonhörer. Du wirst jetzt nicht sagen, Udo, wie kommst du in den Telefonhörer rein, weil das ist ja logisch, dass der Telefonhörer noch ein Stellvertreter ist für einen Udo. Und wo ist der Udo jetzt? Der ist in dir als Gedanke und du denkst dir den Udo aus. Eigentlich unterhältst du dich nicht mit dem Telefonhörer, sondern mit dem Udo. Mit dem Geist in dir. Ein Zwiegespräch. Das ist einmal das. Immer deine Information ist einmal sinnlich wahrgenommen, das erscheint dir real. Und ich benutze ab jetzt das Wort Realität schlichtweg für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Und das Wort Information sagt dir schon, dass eine sinnlich wahrgenommene Information im Prinzip das selbe ist wie eine feinstoffliche Gedanke, bloß dass es dir real erscheint. Aber auch eine sinnliche Information ist immer nur dann, wenn du sie denkst, und jetzt kommt ja Materialismus, suggeriert dir, dass das Zeug unabhängig von dir da außen auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst. Und wenn du das glaubst, glaubst du an etwas, was noch nie ein Mensch gesehen hat und was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das sind die Fakten. Darum soll ich immer wieder dran denken, was ist wirklicher. Ganz einfach, oder? Ich nehme mal mein Beispiel. Es ist immer ein Dreieck mit zwei Stritten zeichnet. Wenn du die Lösung nicht hast, dann sagst du unmöglich und sagt dir dann einer die Lösung, zaubert es dir ein Lächeln ins Gesicht. Und all deine bisher bis jetzt ausgedachten Probleme, deine persönlichen und die Probleme der Welt, lassen sich von dir, wenn du es verstanden hast, so leicht lösen wir ein Dreieck mit zwei Stritten zeichnen. Auch mit diesen zwei Hälften unmöglich und mit einem Lächeln. Wisch und weg. Das ist das, was ist. Aber jetzt kommt diese Bewusstheit. Ich will dir eine kleine Geschichte erzählen, wo ich dann hier wo als Udo auftauche. Und da ist jetzt jemand, der hat mit Udo schon telefoniert und sie fängt zum Plappern an. Ich weiß ja, wenn ich mit jemandem telefoniere, unterhalte ich mich ja bloß mit einem Telefonhörer. Und dann sage ich, Blödsinn. Dann schaute ich mich an. Ja, aber du hast doch gesagt. Ich sage, pass auf, ich merke, ihr beweist mir immer wieder, dass ihr vollkommen geistlos seid. Ich habe dir ganz klar erklärt, wie du mit dem Udo telefonierst. Da habe ich gesagt, du spürst jetzt deinen Körper, dann ist dein Körper da, du hast jetzt einen Telefonhörer in der Hand und du unterhältst dich jetzt mit einem Telefonhörer auf der realen Ebene. Aber du weißt natürlich, dass du jetzt dann an Udo denkst und dich eigentlich mit dem Udo unterhältst und nicht mit dem Telefonhörer. Wo ich manchmal immer mit einblende, wo ich dann sage, jetzt pass mal auf, was der Telefonhörer zu dir sagt. Wahrlich, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte, ich bin Gott. Würdest du jetzt sagen, der Spinner, wenn du schaust den Telefonhörer an und sagst, der Spinner bittet sich ein, der ist Gott? Würdest du gar nicht auf die Idee kommen? Du sagst höchstens, der, der hinter dem Telefonhörer steht, bittet sich ein, der ist Gott. Aber niemals der, der spricht. Und ich sage euch immer wieder, der Udo, den du jetzt dir ausdenkst, der ist nichts anderes. Alles, was ich euch sage, wenn ich von ich rede, das rote UP ist nicht der blaue UP. Das blaue UP, das du dir ausdenkst, ist wesentlich weniger wie du. Es ist ein Gedanke, der von dir gedacht wird. Und ich wiederhole nochmal, es ist bei vielen Sachen, die Selbstgespräche, ich habe viele, die wiederholen die, die haben die fünf, zehnmal gelesen. Ich habe jetzt erst wieder einen Fall gehabt, wo ich sage, nimm einfach den Weckruf und lies den nochmal. Und wenn es dir einmal aufgeht, wirst du feststellen, da wird in ganz einfachen Worten gesorgt, was die Wirklichkeit ist. Was ist jetzt der Schreiber, du hast jetzt eine Schrift in der Hand, wo kommt die her? Die kommt aus dir. Aber dein Materialismus zwingt dich zusammen, das muss ja vorher einer geschrieben haben. Und der bittet sich ein, der ist Gott. Der Udo hat noch nie behauptet, der ist Gott. Ich sage, ich bin ein Brösel, ein Gedanke, den du dir denkst. Du warst schon vor mir, bevor du an den Udo gedacht hast. Und du wirst auch noch da sein, wenn du nicht mal an den Udo denkst. Und als der, der ich bin, sage ich zu dir, ich habe ganz klar prophezeit, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Und ich sage jetzt ganz klar, ich habe keine Vorstellung, wie unendlich klein ich mich jetzt mache, dass ich in deinen Geist in Erscheinung trete. Und das sagt nicht der Udo, das ist nur ein Lautsprecher. Das ist ganz, ganz entscheidend. Aber ich sage, ich bin du, ich erkläre dir nicht, wie genial der Udo ist, den du dir jetzt ausdenkst. Was meinst du, wie genial der Geist sein muss, der sich so einen genialen Udo ausdenken kann? Und das bist du. Ich versuche dir zu erklären, wie göttlich genial du Geist bist. Und ihr wisst das Sprichwort, alle die reden, die wissen nicht. Und alle die wissen, die reden nicht. Das ist ein klares Zeichen, dass der Udo, der euch jetzt zulabert, überhaupt keine Ahnung haben kann, weil der redet in einem fort. Bloß das Problem ist, der Udo hat so viel Bewusstsein, dass er es überhaupt nicht behauptet, dass er etwas weiß. Ich rede nicht. Ich mache das Folgende, ich nehme dich, kleinen Geist, und lasse dich, kleinen Geist, jetzt dieses Gespräch träumen, in dem dich in deinem Traum der Udo zulabert. So läuft es. Nicht mehr, der redet, hat die Ahnung, sondern der, den des Geistes reden lässt, der den, der redet, austräumt. Und das bist du. Nicht der Udo, der redet. Der Udo ist eine ständig wechselnde Erscheinung in dir. Du bist das konstante Parameter. Du existierst auch dann, wenn du nicht an den Udo denkst. Und ich sage jetzt zu dir, ich bin du, du hast es bloß vergessen. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast zu glauben, das zu sein, was du jetzt dein Leben lang zu sein geglaubt hast. Was mir manchmal passiert ist, dass ich so, wie soll ich das sagen, von meinen eigenen Gedanken dann so einen Schreck bekomme, um das mal so zu formulieren. Und da muss einer da sein, dem das bewusst wird. Das erkläre ich euch noch genauer. Aber wir kommen zurück hier wieder auch mit dem, ich weiß ja, wenn ich mit jemandem telefoniere, dann unterhalte ich mich bloß mit einem Telefonhörer und ich sage, Blödsinn. Wenn du in deinem Alltagsbewusstsein einen Anruf kriegst von deiner besten Freundin, dann ist der Telefonhörer nur für einen Hauch da, wenn du auf den Hörer trägst. Und in dem Moment ist weder dein Körper noch dein Telefonhörer da, dann bist du quatschender Geist und unterhältst dich mit deiner ausgedachten Figur in deinem Bewusstsein. Wobei du in dem Moment, wackel mal mit deinen Zehen an den Füßen, wackel mit den Zehen an den Füßen, wo waren die jetzt die ganze Zeit? Das ist die Wirklichkeit. Das Einzige, was immer da ist, ist der Geist, der mir jetzt zuhört und dieser Geist ist unpersönlich. Das ist das rote Ich bin. Wir werden da später genauer drauf eingehen. Ich muss immer wieder die Sachen, wo ich euch mit Sprache erzähle, muss man nicht wissen. Es geht zuerst einmal schlichtweg und einfach nur darum, was bin ich selbst. Und ich muss mir eingestehen, ich bin eigentlich nichts. Das ist das Schöne, wenn das jetzt für Materialismus ist, wer will schon nichts sein, aber ich sage, wenn du nichts bist, musst du keine Angst haben, dass du verloren gehst, dass du zerstört hast, weil nichts ist schon nichts. Darum sage ich auch definitiv, die Kleinsten sind die Größten. Weil nur dieses Nichts, dieser Geist ist zwangsläufig alles, was er an der Oberfläche als Formen aufwirft. Nur wenn du das nichts, was du alles, es gibt nichts und niemanden, den du dir denken könntest, der verstehen kann, was Geist oder Bewusstsein ist. Roter Geist jetzt. Ganz einfach, roter Geist ist reiner wahrnehmender Geist, als Ding an sich in keinster Weise denkbar. Bewusst sein kannst du nur sein. Es gibt nichts, was du denken könntest, was Bewusstsein haben kann. Das hast du ja nicht bewusst haben, sondern bewusst sein. Was jetzt entscheidend ist, dass immer wieder, wenn du mal dein intellektuelles, geschwätziges Wertesystem beiseite schiebst, wirst du feststellen, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, soweit du dich nur auf dich selbst konzentrieren kannst. Mach dir zuerst einmal klar, könnte ein Auge sehen, kann das Auge relativ alles sehen, bloß nicht sich selbst. Könnte ein Ohr, das wir uns jetzt ausdenken, hören, kann das Ohr alles hören, bloß nicht sich selbst. Und genauso ist es mit dem Geist. Der Geist kann sich alles denken, bloß nicht sich selbst. Das ist der blinde Fleck. Ganz einfach, weil das eigentliche Geist nichts ist. An was denkst du, bildlich gesprochen, wenn du an Geist denkst? An das Wort Geist, an das Geräusch Geist? Es ist auch dasselbe als Gott. Die Diskussion, ob es Gott gibt oder nicht, gibt es so unendlich geistlos, wenn ich weiß, was Gott ist. Gott ist die Substanz von allem. Gott ist immer. El Hayom. Gott das Meer. Wir können das Spiel jetzt als Symbol gesprochen. Und es ist immer der Geist, du bist immer derselbe Geist, du warst schon immer derselbe Geist. Problematisch wird es, wenn du das vergisst, was du bist und du verwechselst dich mit deinem derzeitigen Programm, mit deinem derzeitigen Schwamminhalt, dann bist du der blaue Mensch, das blaue Ich. Und dieses Ich suggeriere dir Geist jetzt, ich sehe doch, dass ich älter geworden bin. Ich mache das immer so mit einer Faust der rechten Hand, wo ich sage, das ist das große blaue Ich, der Mensch, Ich. Und dieses Ich behauptet, ich sehe doch, dass ich älter geworden bin. Das Kleine, dieses zweite Ich, nämlich die Persona. Jetzt musst du schon mal wissen, dass da ein Ich ist, das sagt, ich sehe doch, dass ich älter geworden bin. Und dieses Ich glaubt, jetzt welche Person bist du eigentlich? Die 10-Jährige, die 20-Jährige Helga? Nein, ich bin der 20-Jährige Andreas. Oder der 40-Jährige Andreas. Ist jetzt egal, was ich an Worte spreche, du bist nur ein Geist. Hier ist nur ein Geist. Nee, ich bin doch nicht der Andreas, ich bin doch der Michael. Dann sagt, Wedo, Wedo. Ich bin die sonst wer. Nein, du bist der Geist, der diese Formen annimmt. Und jetzt ist das Eigenartige, dass der Geist niemals sagen wird, eine Form, die ich bin, bin ich nicht. Das, was immer ist, weiß, dass alle Wellen, die oben dosen, letztendlich nur ich sind. Du bist immer derselbe Geist, egal welche Form, welche Information du anschaust. Es ist immer derselbe Geist, die Informationen, die du anschaust, unterliegen einen ständigen Wechsel. Wir haben jetzt eine Polarität, nämlich etwas, was immer gleich bleibt, unveränderlich. Ob du dich jetzt als 20- oder 30- oder 40-Jährigen oder 50-Jährigen denkst. Und ich sage, das Spiel geht ja nicht erst, wenn man dann wirklich, ich sage mal, so über die 50 ist, dass ich dann, wenn ich mit Geist wachse, fühlst du dich anders. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, jetzt denke ich einmal, wie du 16 warst. Du warst das komplett selbe ich, aber du hattest einen anderen Körper. Und wenn du glaubst, du bist ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige, dann lebst du in der Welt eines 16-Jährigen, hast die Interessen eines 16-Jährigen, hast die Probleme eines 16-Jährigen. Und das Ich, das mir jetzt zuhört, hat auch wieder Probleme, weil du jetzt in der Welt der Person lebst, die durch deine Persona projiziert wird. Und das ist immer wieder das Leben, das du hast, es ändert nichts an dem ich. Das, was fühlt, was denkt, was empfindet, ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Und jetzt kommt dieser Satz, wenn ich sage, es ist jetzt nur ein Geist, es ist der Geist, der jetzt diese Worte hört. Das ist natürlich die Frage, du hast jetzt einen ganz klaren Standort, den du Fans machst. Du sagst, ich bin dieser Körper, ich bin jetzt da oder dort. Und ich höre jetzt den Udo zu. Nee, du bist jetzt der kleine, unbewusste Geist, der da sitzt und eine Aufnahme zuhört, wo du meinst, die ist in der Vergangenheit gemacht worden. Ich schwöre dir, ich werde jetzt gemacht. Ich werde das überprüfen können. Das sind jetzt einige wenige, die werden jederzeit beschwören, Nein, ich bin doch jetzt dabei, jetzt wird die Aufnahme gemacht. Nee, bist du nicht derjenige, der jetzt dies einfach nur einen Lautsprecher zuhört? Wer ist jetzt eigentlich der Udo, der Lautsprecher, den du zuhörst? Oder der Mensch, wo du irgendwelche sich ausdenken, der vor ihnen sitzt? Du wirst merken, egal was du denkst, ein ständiger Wechsel von Informationen, das Einzige, was immer gleich bleibt, ist der Geist, der mir zuhört. Und für den Geist, wenn du das einmal begriffen hast, was du bist, wird sich dein ganzes Werde- und Interessenssystem verlochen. Dass du immer mehr die Geistlosigkeit, was ich gerade gesagt habe, die Menschen, die du dir bisher ausgedacht hast, wissen nicht einmal den Unterschied, was Menschen sind. Du hast eine Vorstellung, die verwechseln den Adam mit dem Enos. Das Programm mit einer Erscheinung, das aus dem Programm generiert wird. Du hast eine Welt voller Weisen, die ausgedacht hat, wieso sind die gescheiten Menschen, die du dir bisher ausgedacht hast, so gescheit? Weil du geglaubt hast, dass die so gescheit sind. Und ich habe gerade schon, ich zitiere jetzt einmal einen Philosophie-Professor, Entschuldigung, einen Physik-Professor, das war jetzt hier und jetzt ausgedacht in einer Fernsehdiskussion über Astrologie, wo der dann der Astrologin erklärt hat, schon die alten Griechen haben erkannt, dass das Einzige, was sich in der Welt ständig bewegt und niemals stehen bleibt, die Sternen sind. Und du merkst, es ist ein reines geistloses Rezitierchen, ein vollkommen normaler Mensch. Und ich sage, zeig es mir. Hast du nicht dein Leben lang auch geglaubt, dass die Sternen sich bewegen? Was, was der dumme, einfache Udo zu dir sagt, dazu wird mir das andere nicht erzählt, mir wird es niemals aufgefallen, dass die Bündchen sich da oben bewegen. Wenn ich hoch schaue, stehen die wie eine Eins? Ich habe ja noch nie gesehen, dass sich die Sonne bewegt. Wenn ich die Sonne sehe, steht die. Man sagt ja schon in der Sprache, die steht im Osten, die steht im Süden, die steht im Westen. Und was jetzt wichtig ist, wenn du das jemandem erzählst, das war man auch in so einer Gesprächsrunde, in so einer kleinen, wo einer gesagt hat, so kann man das nicht stehen lassen und das ist doch bewiesen. Und das ist immer wieder, was ich höre, es ist doch bewiesen. Und dann frage ich einfach ganz im einen, was betrachtest du, als wie definierst du bewiesen? Wann ist für dich was bewiesen? Bin ich alles in den Selbstgesprächen genauestens darauf eingegangen? Für einen normalen Menschen ist all das bewiesen, gilt das als bewiesen, was er glaubt und nicht mehr in Frage stellt. Das Wort bewiesen wird von einem normalen Menschen nicht in den Zusammenhang benutzt. Kann ich es überprüfen? Du bist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, blind zu glauben. Ich mache jetzt für einige, die in diesem Wördenverteiler hier vielleicht den manchmal lesen, wo einer sagt, ich will euch jetzt beweisen, dass der Udo nicht recht hat. Weil er behauptet ja immer, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wander Fußball, Europameisterschaft und ich paufizei jetzt, das nächste Spiel Polen, Deutschland geht so und so aus. Und wenn das jetzt nicht so ausgeht, dann ist das nicht richtig, was der sagt, weil er sagt, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und ich habe jetzt übrigens nicht dieser Figur, die du dir jetzt ausdenkst, geantwortet in dem Verteiler, sondern in dem Geist, der mir jetzt zuhört. Und ich habe zuerst hingeschrieben in Schwarz, ich glaube das, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ist es in meinen Farben weitergegangen, zuerst einmal müssen wir uns klar machen, wie ein Geist, was verstehe ich unter Ich? Rede ich von dem roten Ich, von dem Geist? Oder rede ich von dem blauen Ich, von dem logischen Programm, von dem Verstand? Das ist schon mal der erste Unterschied. Und jetzt kommt, meine ich, der blaue Ich, der sagt, ich glaube. Was sagt, wenn ein Verstand, ein logisches System sagt, ich glaube? Er sagt schlichtweg und einfach, ich halte, dass es wahr ist. Ich glaube, dass es so und so ist. Das heißt, ich halte es für Wirklichkeit, dass es so und so ist. Das ist meine Wahrheit. Ich glaube, dass ich mich auf einer Kugel befinde, die sich um die Sonne herumdreht. Das ist doch vollkommen logisch, das ist doch bewiesen. Jetzt ist das Problem, frage mal einen und sage, zeig es mir. Ich möchte es sehen, ich möchte es nachvollziehen. Du kannst mir auch erzählen, ich befinde mich hier auf einer Erdkugel, die im Zentrum steht und um mich herum dreht sich der Mond oder die Sonne oder sonst was. Oder vielleicht sieht die Erde aus wie ein Käsewürfel. Oder es ist eine Scheibe. Ich sehe was, das ist das, was ich jetzt sehe, was darüber hinausgeht, ist ein reines Konstrukt, eine Vorstellung. Also gut, Zeit beweist es mir, dass die Erde eine Kugel ist, wenn du sagst, das ist bewiesen. Dann wirst du feststellen, in deinem Traum jede Figur, die dir das beweisen will, die zieht ein schlaues Buch hervor und klappt es auf und sagt, da. Und ich sage, pass auf, ich sage dir, was jetzt Realität ist. Ich sehe jetzt an fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist und da ist ein blauer Fleck. Das ist das, was ist. Und wenn du jetzt sagst, dieser blaue Fleck, der jetzt da ist, ist eine Kugel, auf der ich mich befinde, die sich um die Sonne herum dreht, dann ist es ein reines logisches Konstrukt, das möglich ist. Aber es ist kein Faktor, was ich hier und jetzt überprüfen kann. Oder ich zeige, du zeigst mir eine Computeranimation, dann sage ich, ich sehe jetzt einen Fernseher, das sind tausende von kleinen Lämmchen, wenn ich mit einer Lupe hingehe und da flackert ein Lämmchen. Wenn du das jetzt mit einem normalen Menschen machst, wirst du feststellen, jeder normale Mensch garantiere ich dir, weil ich die so programmiert habe, sage ich, ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Jetzt pass auf, was ist Astronaut? Ist das da mein Geräusch? Astronaut. Ich kann das Wort hinschreiben, Astronaut. Astronaut ist, wie wenn du eine Datei öffnest in einem Computer. Das heißt, das Wort Astronaut löst jetzt in dir, in deinem logischen Werte- und Interpretationssystem eine Vorstellung aus. Was ist der Astronaut jetzt de facto? Er ist ein Gedanke, den du denkst, weil ich das Wort ausspreche. Hinter dem Gedanken, den du jetzt denkst, steckt ein gewisser Wissen. Ich sage, du als blauer Mensch bist du nur ein Programm. Kann der Astronaut, den du dir jetzt denkst, was anders gesehen haben, wie du denkst, dass der gesehen hat? Was du denkst, ist immer so, wie du es denkst. Jetzt denk an Angela Merkel. Jetzt denk an einen Physikprofessor. Wenn du sagst, der ist super gescheit und die wissen so viel, kann der Gedanke, den du jetzt denkst, anders sein, wie du in dir denkst? Du bist der Boss. Ein Satz, den ich immer wieder wiederhole, wenn du Geist wirklich Bewusstsein bekommst, das ist das Erste, was dir bewusst wird. Ich stehe vor allem, was ich mir ausdenke. Weil alles, was ich mir ausdenke, zwangsläufig genauso ist, wie ich es denke. Ich erkläre dir zu deinen Macht, die natürlich auch mit einer unvorstellbaren Verantwortung verbunden ist. Da kommst du dann irgendwann in das Bewusstsein, das man Christusbewusstsein nennt, und das beginnt in dem du zuerst einmal sagst, ich nehme alle Schulden auf mich. Das ist keine christliche Lehre. Erklär dir, was das eigentlich wirklich heißt. Und ich kann euch immer wieder sagen, den Geist, ich bin wirklich der, der ich behaupte, zu sein. Das ist nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Du selbst bist wesentlich mehr wie der Udo, weil du bist immer unter Udo. Udo ist nur dann, wenn du ihn denkst. Geist ist ewig. Die Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Darum sage ich als Rode, ich UB, ich kann nur von meinen Geistesfongen verstanden werden. Aber niemals von etwas, was ein Geistesfongen sich ausdenkt. Wieso? Weil die Ewigkeit nur von etwas verstanden werden kann, was selber ewig ist, und etwas, was du dir ausdenkst, existiert immer bloß in dem Moment, wo du es denkst. Und mach dir bewusst, als Geist, dass du das Einzige bist, was immer ist, und was vor allem ganz erschreckend ist, wenn dir das bewusst wird, du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir denkst. Egal an was du denkst. Es braucht dich, dass es da ist, und du verbindest die Sachen, die auch in einem extremen Widerspruch stehen. Es ist alles so unendlich einfach, weil man verstanden ist, was man selbst ist, und es ist kein Ernst. Das ist, dann wiederholen wir das, das Shin-un-Heh, logische Existenz wahrnehmen, das Shin-un-Heh, ist immer, es ist ganz einfach. Ich betone nochmal, wenn du mir aufmerksam zuhörst, es ist die einzige Glaubenslehre in deiner bisher ausgedachten Welt, wo es unendlich viele Sichtweisen gibt, wo du absolut nichts glauben müsstest, was jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann. Jetzt sind wir wieder am Thema. Das heißt, Materialismus ist ja noch, der Materialismus ist ja auch nur ein Glauben, eine Religion, der für sich in Anspruch nimmt. So war es für dich jetzt ein Leben lang, dass er nur mit bewiesenen Fakten arbeitet. Wenn du die Fakten des Materialismus einmal anschaust, wirst du feststellen, dass es wirklich keine Religion im normalen, von dir bisher verständlichen Wortsinne des Wortes Religion gibt, das mit so vielen nicht beweisbaren, blinden Dogmen an Hörngespinsten arbeitet wie der Materialismus. Das ist immer, ich habe so viele Beispiele gegeben. Materialismus ist deshalb so mächtig, weil du ihm den Glauben schenkst. Und jetzt, ich fange an mit, ich bin, du mit dem allerersten Bann, da erklärt dieses Buch dir in einfachen Worten, wenn du einfach wach in deine derzeitige Traumwelt schaust, die ja letztendlich nur ständig hier und jetzt wechselnden Informationen besteht, dass es in deiner jetzigen Welt, normal gesprochen, nur eine einzige Weltreligion gibt. Und das ist das materialistische Weltbild. Was jetzt ein, alle sind diebgläubige Materialisten, zeig mir einen, und du wirst in deiner ganzen Welt, sag ich dir gleich vor vorne, eine Handvoll zur Zeit, die du kennst, finden vielleicht, wenn du Glück hast, fünf Mann, die keine Materialisten sind. Was ist Materialismus? Materialismus ist der tiefe Glaube, dass unabhängig von dir eine Welt existiert, dass es eine Vergangenheit gibt, eine Zukunft gibt, dass du dich auf einer Kugel befindest, die sich um die Sonne herumdreht, und vor allem Materialismus ist, dass du geist glaubst, du wurdest in der Vergangenheit von einem Säuge dir geboren. Ich habe euch ganz klar gesagt, solange du glaubst, du wurdest aus einer Frau geboren, lebst du in einer weltständigen Verwesung, du bist Geist. Alles in deiner Welt, alles, was du bisher Menschen genannt hast, was ich ja lieber Trocken-Nasen-Affen nenne, was natürlich sofort wieder eine riesen Beleidigung ist, und ich sage, pass auf, nicht ich behaupte, dass ihr Trocken-Nasen-Affen seid, es ist das, was ihr bis jetzt ein Leben lang geglaubt habt. Geh ins Internet, nimm Wikipedia, und setzt in dieser Suchmaschine einfach das Wort Mensch ein. Und dann liest du die ersten fünf Zahlen. Und dann wird das naturwissenschaftliche Wissen wir dir ganz klar erklären, Mensch ist ein Primat, gehört zur Gattung der Säugetiere, der Primaten, und dann wird dir auch noch erklärt, genauer ist, der Mensch gehört zur Gattung der Trocken-Nasen-Affen. Und darum ist es, solange du glaubst, du bist ein Trocken-Nasen-Affen, ist es okay. Aber ich erkläre dir jetzt, dass du Geist bist. Du bist der Geist. Geist ist nicht, was du denken kannst. Das ist das Glaubenssystem. Und solange du glaubst, du wurdest von einem Laufen gewohnt, bist du ein Äffchen. Du äffst nämlich nur das nach, was du vom Hörensagen kennst. Und jetzt ist immer wieder, wenn du vor einem göttlichen Richter stehst, das ist dieses Wort, immer wieder dieselbe, ich wiederhole für euch, mit einer Engelskirche, immer wieder dieselben Sachen. Was heißt Sünde? Was heißt Mathematik? Was ist Automatik? Und du wirst jetzt immer mehr merken, die Geistlosigkeit, ich kann immer wieder nur wiederholen, und vieles wird wiederholt, und du musst, wenn du ein Meister werden willst, ein Meister des ewigen Lebens, musst du zuerst einmal Demut und Geduld haben. Und ich kann euch nur sagen, wenn du jetzt losmarschierst, und du fragst irgendwelche Menschen, auch Mathematikprofessoren, was heißt Mathematik, dann werden die genau das erzählen, das sind Rezitiermaschinen, was man ihnen erklärt hat, was Mathematik heißt. Probier das aus, probier das in deinem Traum als Person aus, frag deine Mitmenschen, erklär mir mal bitte, was Mathematik heißt, jetzt wird jeder sagen, Rechen in Rechenkunde. Auch ein Mathematikprofessor, ich habe einige, die das hier bestätigen werden, weil sie wurden so programmiert, beim Wort Mathematik an Rechen und Rechenkunde machen. Jetzt ist natürlich, Mathematik ist schlichtweg und einfach, steht im ersten Selbstgespräch schon einfach ein altgriechisches Wort, warum nimmst du nicht einfach einmal ein Wörterbuch in die Hand und schaust nach, was das heißt? Weißt du, was Mathematik heißt? Was würdest du sagen? Kennst du das, hast du das Selbstgespräch gelesen? Mathematikus, der Dummkopf, der Dummkopf, der Dorb oder Blödmann und Mathematik heißt das gelernte Wissen. Kein Wort von Rechnen, das ist die Aritmedik, Aritmos ist die Zahlen- und Rechenlehre, ein Mathematik ist ein gelerntes Wissen und der Matematik ist wie die Automatik, das Selbst ist, das ein Dummkopf ist, weil das einfach was macht von selbst, ohne zu wissen, was es tut. Eigentlich ist jeder normale Mensch ein Mathematiker. Es ist eine Maschine, die auf dem gelernten Wissen funktioniert. Ich nenne das, der blaue Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein reines Werte- und Interpretationssystem. Und jetzt mache ich die Hierarchie des Geistes. Ihr müsst euch jetzt einfach bildlich vorstellen, wenn ihr es auf der Daube malt, ganz am Anfang steht diese 86 LH Jung. Das Wissen, das alles verbindet, rot geschrieben, oder kurz UP, rot. Ich schreibe mir Ich-UB, vom Sprachrhythmus her, eigentlich müsste das UP-Ich heißen. Weil am Anfang ist ein Wissen, alles ist eins, wenn alles eins ist, gibt es keine Unterscheidung, du kannst es auch nicht denken. So schön dargestellt im Requiem, wo ich sage, L, das ist auch L, in einen Punkt zusammengeschmissen. L ist allein, das will er nicht mehr sein, dann drängt er sich einen Sohn, dass er dann und wann, wie jeder Vater, mit seinem Sohn spielen kann. Das heißt, dieses eine muss in sich anfangen, zu hassen. hassen ist erst einmal ganz trennen, Minus. Lieben ist verbinden. Von der Eins ausgehen, da ist, wenn alles eins ist, ist es der erste Akt hassen. Erst dann, wenn du was hast, wenn du was tränzt, hast du was. Das Ganze basiert in einem Individuum, das lateinische Wort Individuum, Individuum heißt teilbar und Individuum wird in jedem Wörterbuch übersetzt als unteilbar, weil die lateinische Vorsilbe in eine Verneinung ist. Individuum. Darum ist auch jemand, der inkompetent ist, ist nicht kompetent, sondern nicht kompetent und ein Individuum ist etwas Unteilbares. Jetzt ist es aber, dass das wieder nur eine Sichtweise ist, eine Perspektive. Die Vorsilbe in heißt nämlich auch innen, also hast du es, wenn man beides gleichzeitig denken kann, du hast es mit etwas Unteilbares zu tun, das in sich selbst geteilt ist. Was ist ein Geist, der träumt? Der Geist, der jetzt dieses Gespräch sich ausdenkt, träumt, ist immer derselbe Geist und der trennt sich jetzt in sich in viele Facetten und schaut Facetten von sich selber an. Du bist etwas Unteilbares, das sich in sich selber teilt, das die Einheit mit einer Vielheit konfrontiert wird. Das ist so simpel. Wenn man es dann mal gecheckt hat, wir reden hier nur von Fakten, darüber diskutiere ich nicht. Wenn einer mit mir diskutieren will, dann soll ich, lass uns von Fakten reden und nicht von deinen Handelspinsten. Darum ist auch, was du jetzt wahrnimmst, ist eine Information. Hast du das Wort Außenformation schon mal gehört? Eine Information heißt, dass Indiergeist jetzt, Indiergeist, eine Form ist, die du immer auf Kontraste siehst, die eigentlich keine Form ist. Wieder die beiden Seiten, wovor sie wehen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, man muss das vor dich hinstellen. Man muss das aus L, L herausstellen, auseinanderschmeißen. Jetzt denk einmal bitte an eine Erdkugel. Und jetzt denkst du an der Sandkorn. Ist jetzt die Erdkugel, die du dir denkst, als Ding an sich in deinem Kopf größer und schwerer, wie der Sandkorn, das du dir denkst? In deinem Geist, als Ding an sich, gibt es weder Raum noch Zeit. Das, was du dir ausdenkst, hängt davon ab, wie du dir es denkst. Qualitativ wie quantitativ. Jetzt hast du einmal, ich kann mir, wenn ich sage, denke an eine Kugel, jetzt hast du einmal nur eine Form da, ohne Bemaßung. Eine ganz, eine Information, eine Form in dir, die eigentlich nur abstrakte Form ist. Und erst mit dem Maß, das du dieser Kugel zusprichst, und der rote Mensch ist das Maß aller Dinge, wird die dann größer oder kleiner, wobei, wie gesagt, denk dir Erdkugel, denk dir Sonne, denk dir ein Sandkorn, denk dir ein Atom, du denkst jedes Mal an eine Kugel. Es bleibt immer im Prinzip dasselbe Gedanken und erst durch das Bemaßen mit Worten verändert sich deine Vorstellung. Das leuchtet ein, was jetzt noch verrückter ist, dass wir plötzlich feststellen werden, dass dasselbe für Zeit gilt. Denk einmal bitte jetzt an das tausendjährige Reich und jetzt denk an zwei Sekunden. Pass auf, die Wirklichkeit sieht das so an. Tausendjähriges Reich. Zwei Sekunden. Der Gedanke tausendjähriges Reich dauert genauso lange wie zwei Sekunden und wenn du an das eine Ende denkst, wie mit dem anderen ist es auch nicht da. Es gibt bloß jetzt. Stimmt aber stimmt. Es ist nur, bei tausendjährigem Reich hast du eine größere Vorstellung, so wie du auch bei der Erdkugel eine größere Vorstellung hast wie beim Sandkorn. Letztendlich bleibt das aber derselbe Gedanke. Was euch zum Beispiel plötzlich auffällt, dass durch diesen Glauben, dass unabhängig von euch da außen eine Welt existiert, auch wenn ihr nicht dran denkt, was übrigens wieder etwas ist, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, weil du kannst nicht überprüfen, ob etwas existiert, wenn du nicht dran denkst. Es gilt sogar für deinen physischen Körper. Wenn du nicht an deinen Körper denkst, ist dein Körper nicht da. Du kannst es nicht überprüfen, ob er da ist, weil wenn du nicht an ihn denkst, dann ist er eben nicht da. Es beweist sich ja in sich selbst. Du Geist bist immer da. Was natürlich immer dann jetzt unterscheidet, was du brauchst, ist das Programm. Da kommen wir aber später dazu. Dass dir plötzlich auffällt, wenn du mal losgelassen hast, dass da unabhängig von dir da außen eine Welt existiert, die übrigens von dir bestimmt mit von dir bestimmten Naturgesetzen funktioniert. Du bestimmst die Naturgesetze. Du kannst die, wenn du deinen Glauben veränderst, die ganzen Naturgesetze der Welt verändern, so wie du ein Computerprogramm verändern kannst. Ich führe euch in eine Welt, wenn ihr mir folgt, ich kann euch nur die Du aufmachen, die ihr euch in den Künstlenträumen nicht vorstellen könnt. Und die wird realer werden wie das, was ihr bisher real genannt habt. Was mir wichtig ist, bisher habt ihr geglaubt, dass eine Blüte, eine Blume nicht so lange existiert wie ein Haus und ein Haus nicht so lange existiert wie ein Berg. Eben weil ihr diesen viel Glauben hattet. Wenn du einfach dich darauf konzentrierst, was die Wirklichkeit ist, wirst du feststellen, dass eine Blume genauso lange existiert wie ein Berg. Nämlich solange du an die Blume denkst oder die anschaust und wenn du die nicht mehr anschaust, ist sie weg. Und wenn du an den Berg anschaust, ist sie da oder an ihn denkst und wenn du nicht mehr dran denkst, ist sie weg. Das ist das, was du beschwören kannst. Glaubst du was anderes, beschwörst du etwas, was du nur vom Hören sagen kannst und nur schwörst an Meinheit. Das nächste Problem ist, dass du Geist im Maßsetzung deiner Personifizierung jetzt davon ausgehst, dass du ganz klar eine persönliche Vergangenheit hast. Und dass es über deine persönliche Vergangenheit hinaus dann nochmal eine größere Vergangenheit gibt. Dass die persönliche Vergangenheit von jedem Geist in Abhängigkeit der Glauben des Programmes, ich sage mal, des Buches, das du zur Zeit liest, dass diese Vergangenheit verschieden ist, dass der Michael der andere Vergangenheit sich für sich selber ausdenkt wie jetzt der Andreas oder die Andrea. Das leuchtet jeden ein, aber das Irre ist, dass der Materialismus dir vorgaukelt, dass die darüber hinausgehende Vergangenheit nur eine einzige richtig sein kann. Das heißt jetzt die Frage, waren die jetzt auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond? War jetzt der Hitler ein Guter oder ein Böser? Hat es Gaskammern gegeben oder keine Gaskammern gegeben? Es kann ja nur eins richtig sein und das Ganze löst sich total auf, weil ja Blödsinn ist. Deine Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst und die Gedanken, die du jetzt denkst, stehen und fallen mit deinem Wissenglauben, mit deinem Programm, auf dem du zur Zeit funktionierst. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Mondfrage, die stellt sich gar nicht mehr, wenn du das zweite Gebot hältst, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen, da drücken wir am Himmel. Das heißt nicht, dass du dir nichts ausdenken darfst, das passiert eh automatisch in dir, es denkt in dir, es bin ich. Dir muss einfach nur bewusst werden, was bin ich? Du bist das Einzige, was sich noch niemals verändert hat. Aber du bist nichts, kannst sich nichts verändern. Nichts bleibt nichts. Aber nichts wiederum, wenn du dir ein Nichts denkst, brauchst du immer die Einheit, braucht eine Vielheit. Und jetzt komme ich nochmal zu den OP zurück. Ich mache jetzt eine einfache, normal male ich eine Reihe, das stellt euch jetzt vor, bildlich auf einer Tafel. Ich mache Rot-OP. Willst du malen? Da ist eine Tafel. Wir haben sogar eine Tafel da. Ja, na klar. Danke. Eine Tafel. Vielen Dank.